Jawoll, moin moin und willkommen hier zu meinem Pyro Adventskalender. Heute dann mit dem ersten Türchen und das Ganze heute mit freundlicher Unterstützung von feuerwerk.net. Auf feuerwerk.net habt ihr das geile Forum, auch bekannt als Feuerwerksforum mit Album und Terminkalender sowie der Feuerwerkskörper Datenbank und einem richtig ausgereiften Wiki. Heute gibt es gleich zwei Gewinner am ersten Tag und zwar gibt es für zwei von euch jeweils zwei silberne Anstecknadeln von feuerwerk.net und dazu Postkarten, Schlüsselband und Sticker. Was ihr heute dafür tun müsst, ihr hinterlasst bitte in meinem Gästebuch auf meiner Homepage einen Eintrag, was ihr an dem Feuerwerksforum gut findet. Außerdem seid ihr natürlich Abonnenten meines Kanals, gebt dem Video einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare, dass ihr gewinnen wollt. Das Ganze mit leicht geänderten Teilnahmebedingungen, denn dafür ist kein Mindestalter erforderlich. Also, nun wünsche ich euch viel Glück und bis morgen macht's gut. Ciao, ciao!